hallo ich bin es wieder dieser r&b singaussagen hasbe und ja letztens ich war natürlich wieder in hasbe da saßen da so ein paar hübsche mädchen ich konnte natürlich nicht weggehen ich bin da wieder hingegangen und dann fragen die mich so ey wieso hast du so eine freundin die so fette wurstfinger hat nein scherz jetzt guck mal immer wenn ich leute nicht mag und ich die dann sehe als ich da hin und frage so hey alles klar du bürger hast du vielleicht ein bürger für mich oder letztens beste ich und mein vater fahrt so fett mit unserem bmw rum fett nach mcdonald's dann fett musik an und dann durch dieses drive in er war so eine hübsche frau ich so ey alles klar du bürger gib mir mal einen bürger nein scherz also was soll ich sagen mann du rückst mich einfach nur auf weiter du denkst du bist der beste in hasbe du bist einfach nur ein egal kein bock auf anzeige oder so so wie du drauf bist du wolltest mich schlagen hast du meistens gesagt und was ist raus geworden du hast mich letztens am bahnhof gesehen du hast nichts gemacht ist einfach weitergegangen und du meinst du bist ein mann du bist eine pussy bist du immer laberst du so ich hab perverse haare dies und das was hast du gar nichts kummer laberst du hast ein 6000 euro mixer fast ein 8 kanal mixer junge was laberst du eigentlich alter trottel ich schwör auf alles